Ich weiß nicht, ob das so aussehen soll, aber wir werden es jetzt mal probieren. Ich schneide die Zwiebel ohne mein Gesicht zu verzingen, Leute. Alter, das Atmen schlägt mir echt schwer hier drin, aber bisher muss ich nicht weinen, Leute, obwohl hier Saft rauskommt. Ich heule nicht, aber ich schwitze, mein Gesicht ist trotzdem mass.